So, und weiter geht es mit meinem... Wow, jetzt hätte er fast im ersten Anlauf geklappt. Das ist ja auch cool. Das gibt's ja gar nicht. Ich fange ein neues Video an und er klappt auf Anhieb. Das sollte ich öfter mal probieren. Ah, Save State 2, Save State 1 und... Ah, ich hätte es wissen müssen. Nein. Ich glaube, ich werde diesen Videos den Titel Epic Failing Enmas geben. Oh, jetzt war er fast durch. Komm schon, quetsch dich da... Nein, nein. Kann ich das zurückspulen? Nein, kann ich nicht. Ach, so deprimierend. Geht doch. Triff doch bitte die Lücke, Mario. Das ist nicht nett. Es war klar. Jetzt wieder links, schätze ich. Jawohl, es ist so klar. Und nochmal links. Ich wette drauf. Ich würde drauf... Ja, jetzt rechts. Nein, schade. Oh, und jetzt mit der Dreierei oder was? Oh. Ich kann mir auch angucken, wo der Block ist. Okay, gerade kann ich. Gerade, das geht noch. Und der ist... Der ist... Oh. Ich freue mich. Jetzt aber durch, da... Mario. Wie mache ich das am besten? Das ist auch so ein... Kann ich noch ein Pixel vor? Ja, einen noch. Okay, okay, okay. Nein, 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 ich war doch fast durch. Das ist böse. Dieser Sprung ist böse. Er gefällt mir nicht. Aber mir gefällt keiner der Sprung in diesem Level. Sie sind allesamt böse. Ja, hm. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Das geht immer an den Entwickler, wenn ich das sage. Das ist aber selbstverständlich. Wie weit geht das denn runter? Oh mein Gott. Wie soll ich denn da fallen? Okay. 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 Ich glaube, ich skippe mal wieder das Video. Oh, das könnte hinhauen. Mal sehen, wie weit es noch runter ginge. Oh, das geht dann noch weiter geradeaus. Oh. Gott im Himmel hilf. Ich brauche also einen komplett geraden Sprung, sonst kann ich das sowieso vergessen. So. 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 Genau so. Ja. So. Hammer. Wir haben das Level geschafft und die Röhre ist mir scheißegal. Boah, nee. Endlich. Das Level gehe ich vorerst nicht mehr rein. Boah. Boah. Ja. Wir machen noch das Geisterlevel. Hoffentlich ist mir das sympathischer. Und wir legen erst mal Safe Stats an. So. Und los geht es. Was erwartet mich denn hier Schönes? Hm. So viel zum Thema Schön. Wie soll ich da hochkommen? Oh mein Gott. Langsam wird das Spiel unbequem. Hm. Fast. Immer noch fast. Das ist ein elendig ätzender Sprung. Das nur nebenbei. Nein. Jetzt war ich doch durch. Äh. Der Absprungpunkt ist genau hier. Nein. Hier. Na. Pfff. Das ist doch echt ätzend. Wer denkt sich denn sowas aus? Mal ernsthaft jetzt. Ich weiß, ich sag das in jedem zweiten Level, aber das hier ist echt die Krönung. Nein. 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 Ich war fast oben. Komm schon. Komm schon. Ach. Ja. Nein. 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 Jawohl. Es geht doch. Es läuft doch. Was denn hier? Oh. Oh mein. Oh mein Gott. Ah. Ah. Wie soll ich das? Ist hier ein Block? Nein. Hier ist kein Block. Ich muss das echt. Ah. Okay. Das Level. Gefällt mir nicht. Wie soll das denn bitte gehen? Ah. So nicht. So auch nicht. So sowieso nicht. Ah. Ich habe keine Idee. Hm. Nein. Ah. Ich mache hier mal kurz einen Cut. Bis gleich.